Die Sendung wurde live untertitelt. Seinetwegen bin ich zur Polizei gegangen. Dieser Fall macht mir schon genügend Kopfzerbrechen. Da möchte ich nicht noch für irgendeinen naiven Assistenten, der übers Wochenende hier ist, den Fremdenführer spielen. Hey, warten Sie mal! Nein, Sie warten jetzt. Sie mögen ja irgendwo starke Seiten haben, die da oben zur Wirkung kommen. In der Bronx oder in New York oder wo immer Sie herkommen. Aber das hier ist Miami, mein Freund. Da weiß man ohne Programmheft nicht mal, wer die Spieler sind. Die Vorschriften. Du hast dich an die Vorschriften zu halten. Von jetzt an wirst du es tun. Und wenn nicht, dann schwöre ich, suspendiere ich dich vom Außendienst. Meinst du, es wäre anders gekommen, wenn ich einen anderen Beruf hätte? Ihr seid alle Spieler, Sonny. Es macht euch an, wenn was los ist. Macht den los. Ich weiß nur, dass mir jedes Mal, wenn ich mich diesem Kolumbianer auf 20 Blocks genähert hatte, das Straßenpflaster unter den Füßen weggezogen worden ist. Es ist eine gerechte Sache, Crop. Dieser Bastard hat meinen Bruder umgebracht. Das war die Vorschriften auch am Vorstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017